Einfach Klaunereien hinter der Kamera. Lass mich hier schlafen. Hallo Jessi! Wo wurde Jesus geboren? Ich glaube in Nazareth und anschließend in Bethlehem. Das war ich zweimal geboren! Ohohohoho! Ohohohoho! Ich jedenfalls hieß, was das sagt, du, dann würdest bin, ey! Das war geil! Hallo! Hallo Franzi! Hallo Vary! Meine Brille beschlägt schon. Welche drei Dinger meinst du denn? Ich weiter sah Heinrich und Franz. Genau! Hallo Tobi! Hallo Stimme aus dem Off! Nochmal! Hallo Franzi! Hallo unbekanntes Jemand! Franzi, Kerzenduft, Legkuchen, Tannenbaum. Was gehört für dich? Was gehört für dich? Alles klar! Nochmal! Stell dir vor, du bist Weihnachtsmann. Wie kommst du in den Raum? Dick! Ich geh mal Weihnachtsgeschenke. Schenkst du gern oder würdest du lieber... Oder würdest du nochmal ein Dankeschön? Ja! Das ist... Das ist so blöd! Was steht in deinem... Ja, Dankeschön! Danke! Hallo! Hallo!